Der Herbst ist da und auch im Oktober liefer ich euch mit einer neuen Folge Watchlist natürlich die absoluten Highlights. Das ist der absolute Wahnsinn! In Sachen Streaming-Plattformen in Deutschland. Hör auf zu grinsen! Und die besten und größten Kinofilme. Du bist ein Loser! Da habt ihr jetzt in der nächsten halben Stunde Zeit, euch einen Überblick zu verschaffen. Und ich freue mich darauf, mit Weltstar Andy Serkis und Tom Hardy zum zweiten Teil von Venom ein Interview zu führen. Viel Spaß! Wie in einer Familie. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Watchlist. Und ich sage es ja jeden Monat, aber ich werde auch nicht müde, es zu sagen, ich habe euch für diesen Monat, nämlich für den Oktober, wieder richtig viele schöne Sachen rausgesucht, die ihr auf diversen Streaming-Plattformen oder auch im Kino euch anschauen könnt. Und da wir gerade auch im Herbst alle ein bisschen gute Laune brauchen können, ehrlich gesagt können wir gute Laune natürlich immer gebrauchen, möchte ich aber mit etwas extrem Lustigen starten, nämlich mit der zweiten Staffel LOL. Wie bringt man zehn Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel, Lachen verboten. Auch in der zweiten Staffel LOL, Kurzform für Last One Laughing, haben wir die größten und erfolgreichsten und vor allen Dingen witzigsten Comedians Deutschlands, die sich gegenseitig zum Lachen bringen sollen, aber umgekehrt nicht lachen dürfen. Und da sind unter anderem Leute dabei, wie Anke Engelke, Max Giermann, Bastian Pastewka, Annette Frier und einige mehr, plus diverse Überraschungsgäste, die in der Sendung, die geführt wird, von Michael Bulli-Herbig auftreten und für ziemlich viel Alarm bei den Lachmuskeln sorgen werden. Die erste Staffel LOL war so eine der größten Überraschungen, die wir in diesem Jahr im deutschen Streamingmarkt hatten und deswegen wurde auch ganz schnell eine zweite Staffel hinterhergejagt. Und ich kann direkt da schon mal zur Vorfreude für das nächste Jahr ankündigen. Man ist ziemlich motiviert, dass auch diese Staffel gut ankommen wird und hat bereits eine dritte Staffel bestätigt. Jetzt ist aber die Frage, ist das wirklich übermäßiges Selbstbewusstsein oder kann man sich die zweite Staffel auch genauso gut wieder anschauen? Und die Antwort ist ganz klar, auch die zweite Staffel von LOL ist wahnsinnig witzig. Das ist einer der besten Comedy-Formate der letzten Jahre, funktioniert auf der ganzen Welt und so eben auch bei uns. Und wenn man so gerade so diese zwischenmenschlichen Kleinigkeiten sieht, weil das natürlich alles Comedians sind, die schon ganz oft miteinander zusammengearbeitet haben, die befreundet sind, dann ist das immer für mich so diese kleine Highlight-Situation. Wenn man merkt, so Janke Engelk und Bastian Pasteur, gar nicht tippt, die kennen sich sehr gut. Da weiß man eben auch, was kann man mit demjenigen machen, dass derjenige vielleicht lachen kann oder es zumindest schwer hat. Aber auch darüber hinaus, auch ein Klaas-Häufer-Umlauf, der es wirklich schwer hat. Oder eine Tanni, eine Martina Hill zu sehen, dass sie sich selber kaum zurückhalten können oder damit zu kämpfen haben. Um nicht zu lachen, ist das für mich einfach absolut Comedy-Gold. Der Oktober wird ziemlich spaßig und ich wünsche euch mit dieser lustigen Sendung, die jeweils pro Folge auch nur 30 Minuten geht, kann man wunderbar mal zwischendurch für so einen Gute-Laune-Kick einschieben. Die müsst ihr gesehen haben, also viel Spaß damit. Last One Laughing, die neue Staffel. Ab 1. Oktober nur bei Amazon Prime Video. Von absolut guter Laune kommt jetzt ein Film, der auch definitiv die Lachmuskeln strapazieren wird. Der wiederum aber auch sehr viel inhaltlich zu bieten hat. Nichts gegen lustige Comedians in einem Raum, die nicht lachen wollen. Aber der Film Contra mit Milam Farouk und Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle geht eben nochmal gesellschaftlich ordentlich viel tiefer. Und bringt ein Thema, nämlich das Thema des Rassismus und Alltagsrassismus in Deutschland auf sehr unterhaltsame Art und Weise auf den Punkt. Das Ganze inszeniert von Star-Regisseur Sönke Wortmann. In seiner Vorlesung hat Professor Richard Pohl die Jurastudentin Naima rassistisch und sexistisch diskriminiert. Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Nur gut. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten. Wissen Sie das nicht? Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art und noch dazu wurde Pohl bei seinen Entgleisungen gefilmt und das Video ins Internet gestellt. Der Druck auf die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt wächst und Pohl erhält von Universitätspräsident Alexander Lambrecht eine letzte Chance. Er soll Naima bei einem wichtigen Debattierwettstreit als Mentor zur Seite stehen. So könnte der Professor seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss verbessern und noch einmal um seine Entlassung herumkommen. Der Dozent und die Studentin könnten unterschiedlicher nicht sein, dennoch wachsen sie zu einem starken Team zusammen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Ich habe bereits die Wichtigkeit des Themas angesprochen, aber eben möchte auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich hier um einen Unterhaltungsfilm handelt. Und das ist etwas, was ich immer besonders schätze, wenn man eine unglaublich kurzweilige Geschichte erzählt, man aber eben eine Ebene tiefer doch noch etwas zu sagen hat. Also wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich brauche jetzt kein großes Sozialdrama, denn dieses Thema ist glücklicherweise immer wieder präsent in der Medienwelt, weil man genau dieses Thema jetzt öfters auch mal behandelt und auch mal ins Auge blickt, dass wir da Probleme haben. Da kann ich direkt abwinken und sagen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist eine vor allen Dingen auf Dialog, Witz ausgelegte Komödie. Und wie hier Nilam Farouk und Christoph Maier-Herbst miteinander spielen, ist richtig starkes deutsches Kino. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Lauter! Wollen Sie irgendwie lustig sein? Ja. Dann lassen Sie das in Zukunft. Ich will aber nicht ohne Humor. Na gut, aber Sie sind Contra. Ich kann jedem nur empfehlen, den Weg ins Kino auf jeden Fall anzutreten, denn ihr werdet eine ziemlich gute Zeit haben, Absurdeste Dialoge erleben, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit des Aneander die Hand reichen. Du machst es doch nicht für ihn, du machst es für dich. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hilfst uns auf der Aufricht und jetzt bedrohst du jemanden mit einem Schlagring? Tolles Studium, da denkst du, du bist was Besseres. Aber ändern wirst du eh nichts damit. Hier geht es also gar nicht darum, irgendjemanden vorzuführen und zu sagen, hast du einmal einen Fehler gemacht, bist du von vornherein ein schlechter Mensch, sondern auch einmal hinter die Fassaden jeweils der Beteiligten zu schauen und vor allen Dingen einen Perspektivwechsel anzuregen. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage, die ganze Wahrheit, auch wenn ich lügen werde, wie getrocknet. Wenn wir die Perspektive einmal wechseln und einander besser versuchen zu verstehen, ist ein Zusammenleben deutlich einfacher. Sie sind Dietmar Bohlen. Dieter. Richtig, Dieter. Ich bin sicher nicht Dieter Bohlen. Doch, das sind die Spielregeln und ich darf das bestimmen. Ab dem 28. Oktober unbedingt ins Kino gehen. Da läuft nämlich Konrad deutschlandweit für euch. Dann sind sie Bushido. Was ist ein Bushido? Gerade habe ich Nilan Farouk noch gelobt und das soll auch so bleiben. Aber sie ist nämlich auch noch in einer weiteren Produktion zu sehen. Auf Netflix gibt es den deutschen Film Du, Sie, Er und Wir. Erst auf dem Filmfest Hamburg große Premiere gefeiert, dann jetzt für alle verfügbar. Es geht um Partnertausch. Wir haben uns einfach einer beschissenen Illusion hingegeben, dass Monogamie funktioniert. Man muss doch nicht jeden Tag glücklich sein, um eine glückliche Beziehung zu führen. Ah, das wird spaßig. Können wir reden über die letzten vier Wochen? Ben und ich. Ben und du, ihr habt euch auf einen Partnertausch eingelassen. Mit der Regel keinen Sex zu haben. Na? Na? Ich bin auf jeden Fall ein ziemlich großer Fan von fast schon so Kammerspielartigen Geschichten, bei denen einige Charaktere in eher limitiertem Raum aufeinandertreffen und agieren. Und limitierter Raum ist da jetzt überhaupt gar nichts Nachteiliges. Denn wir kennen ja alle Begegnungen mit Menschen, Diskussionen, wo sich plötzlich auf einmal noch ganz andere Dinge entwickeln, die man so sich vorher gar nicht vorgestellt hat. Und das natürlich noch mit einem entsprechenden Drehbuchautor ausgestattet hier bei so einem Filmteam, sind die Dialoge spitzfindig. Es gibt immer wieder fiese Wendepunkte. Es gibt auch einige Gags, aber vor allen Dingen hier, wie die Beziehungen untereinander dargestellt werden. Man sich immer wieder die Frage stellt, ja, wer will denn jetzt eigentlich mit wem? Will überhaupt noch jemand mit wem? Bleibt es vielleicht doch einfach, wie es ist? Ich finde, ihr macht ja ein ganz süßes Paar ein. Du hältst jetzt einfach mal in die Frisse. Was macht da eine gute Beziehung aus? Ehrlichkeit? Und ist so ein Partnertausch, um einfach mal so ein bisschen Pfeffer in die Beziehung zu bringen, eine gute oder vielleicht doch eine verdammt beschissene Idee. Das ist alles, was dieser Film natürlich in Frage stellt und wo sich jeder auch so ein bisschen selbst was rausziehen kann. Man kann doch auch mit jemand anderem schlafen und irgendwie trotzdem treu sein. Ist das ein Schwangerschaftstest? Ihr habt also auch miteinander geschlafen, ja? Naja, geschlafen kann man also sehen. Ihr macht uns hier eine Szene und dabei haltet ihr euch selbst nicht an die Regeln? Was ich total mag, ist, dass man jetzt auch mit Gesichtern vor der Kamera arbeitet, die man jetzt zwar immer mal wieder sieht. Nilem Farouk habe ich gerade zum Beispiel schon mal angesprochen, ist jetzt glücklicherweise in diversen Produktionen zu sehen. Hat man aber jetzt eben nicht die Gesichter, die irgendwie so gefühlt in jedem 20. Tag irgendwo auftauchen, weil sie 30 Filme im Jahr drehen und immer so wieder die gleichen Nasen. Paula Kallenberg, auch eine ganz tolle Schauspielerin, ist dabei. Luis Nietzsche, schon gesagt, und Jonas Nye. Wir wollten ja herausfinden, was uns in unserer Beziehungen fehlt. Hast du es dann rausgefunden? Hast du dich in sie verliebt? Wo ist denn Janina? Janina! Ich mag es aber, dass man hier jetzt mal die etwas modernere Sicht, die jüngere Perspektive auf das Thema Beziehung und Co. lenkt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt einfach genau in dem Alter bin, wie auch die Figuren sind. Aber das mag ich und ist, glaube ich, auch gerade für die Zielgruppe, die auf Netflix unterwegs ist, eine richtig spannende Sache. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch so Partner-Video-Netflix-Abende, wo man sich dann zusammen diesen Film anschaut, ein bisschen darüber diskutiert und gegebenenfalls etwas Ähnliches ausprobiert oder die Finger davon lässt. Das soll jeder selber wissen. Gespielt ist es auf jeden Fall extrem gut. Dafür sind einfach diese vier Jungschauspieler und Jungschauspielerinnen viel zu talentiert, als dass sie in bestimmten Szenen nicht abliefern können. Und das sind manchmal auch einfach nur Blicke oder kleine Momente, die einfach deutlich machen, was geht da gerade im Inneren vor. Und das sind diese Filme, wie ich gerade zu Eingangs schon sagte, in dieser etwas kleineren Atmosphäre, Kammerspielartiges. Da geht es eben um gutes Schauspiel und das wird hier auf jeden Fall geboten. Also viel Spaß und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle viel Kopfschütteln bei Du, Sie, Er und Wir. Würdest du dich umbringen oder was? Nee, nee, wir sind im Erdgeschoss. Neben diversen fröhlichen Sachen darf ich aber natürlich auch eine Serie nicht außer Acht lassen, die exklusiv auf Magenta TV laufen wird. Eine britische Produktion von der BBC, eben bei uns in Deutschland auf Magenta TV, Northwater. Patrick Sumner ist ein in Ungnade gefallener Ex-Armee-Chirurg, der sich als Schiffarzt auf einer Walfang-Expedition in die Arktis meldet. Es ist ein schade Fehler, zu denken, zu viel. An Bord lernt er Henry Drax, den Harponier kennen, einen brutalen Killer, dessen Amoralität der Härte seiner Welt angepasst ist. In der Hoffnung, den Schrecken seiner Vergangenheit zu entkommen, findet sich Sumner auf einer unheilvollen Reise mit einem mörderischen Psychopathen wieder. Auf der Suche nach Erlösung wird seine Geschichte zu einem harten Kampf ums Überleben in der arktischen Einöde. Ich weiß nicht, was mit diesen Ambitionen passiert hat. In dem Moment, wenn man die Geschichte hört und auch die Bilder dazu sieht, die ihr ja jetzt auch gerade schon eingeblendet habt, sehen können, weiß man, das ist eher einer der härteren Brocken. Also, wer eben schon zugehört hat, was es alles an fröhlichen Sachen gibt, kann hier aber mal eintauchen in eine ziemlich düstere Welt. In eine Welt, in der man wirklich das Gefühl hat, oh je, hier gibt es jetzt nicht sonderlich viel Sonnenschein und Wärme. Und das meine ich jetzt eben nicht nur auf die Außentemperatur bezogen, sondern hier ist es wirklich ein absolut düsterer, gefährlicher Kampf, den wir dort zu Gesicht bekommen. Die Atmosphäre hat mich auf jeden Fall überzeugt. Also gerade, wenn man so Geschichten mag, die in der Vergangenheit spielen, die jetzt eben auch an einem Ort sind, wo wir uns selber jetzt nie regelmäßig wiederfinden. Also ich fahre halt nicht irgendwie mit dem Boot in die Arktis. Und eben diese Geschichte und auch diese Angst dazu, die dazu kommt, plus dass man eben auch die ein oder andere Geschichte selber in sich trägt. Wie das zusammengefügt wird, das ist schon richtig toll. Und da merkt man einfach, dass die BBC, was das betrifft, immer wieder abliefert. Denn auch die Optik ist fantastisch, die Ausstattung. Es ist überhaupt gar kein Zweifel daran, dass das genau so passiert ist, dass diese Welt, dass wir quasi gerade so eine Zeitreise zurück machen, so gut sieht das alles aus. Wir haben natürlich hier auch zwei Hauptdarsteller, die einfach abliefern können. Jack O'Connell ist noch nicht ganz so übermäßig bekannt, man hat ihn aber schon häufiger gesehen. Und Colin Farrell. Wo ich auch dazu sagen muss, ja, das liegt nicht an euch. Ich habe ihn auch erst nicht erkannt, denn auch die Maske ist unglaublich. Und wie er hier spielt, wie er so schaut, wie düster er das Ganze irgendwie mitbringt. Und da habe ich echt Angst gehabt vor Colin Farrell. Er hat ja schon viele schöne Rollen gespielt, auch mal was düsteres. Aber hier muss ich sagen, Donner, den möchte ich in diesem Outfit auf jeden Fall nicht begegnen. Insgesamt düster, super spannend, fantastisch ausgestattet und auf jeden Fall ein etwas anderes Highlight, was ihr im Oktober auf Magenta TV bewundern dürft. Horrorfans bekommen ja in den letzten Jahren im Kino extrem viel geboten. Es gibt aber noch nicht übermäßig viele Serien, die im Horror-Genre verankert sind. Das ändert sich jetzt mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast bei Amazon Prime. Und wer in den 90er Jahren so ein bisschen popkulturell unterwegs gewesen sein wird, der wird sich direkt erinnern, Moment mal, so hieß doch auch mal ein Film. Das ist absolut richtig und das Ganze gibt es jetzt als XXL-Serienvariante. Das Leben von einer Gruppe Teenager ändert sich eines Tages für immer. Denn ausgerechnet in der Nacht ihres Abschlussballs verursachen die Jugendlichen einen verheerenden Autounfall, bei dem ein Unbekannter zu Tode kommt. Die Truppe versucht zwar, die Ereignisse unter den Tisch zu kehren und das Image ihrer scheinbar perfekten Kleinstadt zu wahren, doch dann eröffnet plötzlich ein unbekannter Mörder die Jagd auf sie. Bei der Inhaltsangabe merkt man direkt, ja, man hat nicht übermäßig viel an der Grundidee und an der Grundgeschichte verändert, ist aber ja auch über 20 Jahre nach dem Film jetzt gar nicht mehr so nötig. Aber die Geschichte funktioniert eben immer noch, denn wir bauen dadurch, dass die Serie etwas mehr Zeit investieren kann, Charaktere vorzustellen, die Probleme der Charaktere, die Bedürfnisse der ganzen Figuren irgendwie in den Fokus zu rücken. Haben wir mehr Zeit, auch eine Verbindung mit diesen aufzubauen und gleichzeitig noch mehr den Kopf zu schütteln, dass man sich eben bei diesem Unfall dafür entscheidet, eben nicht zur Polizei zu gehen und sich dann irgendwie wundert, dass alles wieder wie ein Bumerang zurückkommt. Was ich an der Serie auf jeden Fall schätze, ist, dass es hier eben nicht wie oft dann eben bei so einem 80, 85 Minuten langen Horrorfilm im Kino es ziemlich zügig zur Sache gehen soll, weil wenn da nicht nach einer halben Stunde schon irgendwie das erste Mal der Wow-Effekt irgendwie eingetreten ist, fragt man sich, wofür habe ich eigentlich gerade eine Kinokarte gekauft? Ich will doch einen Horrorfilm sehen. Bei der Serie, die sich eben durch viele Folgen mehr Zeit nimmt, habe ich hier eben gerade zu Beginn eher so das Gefühl, man ist in einem Teenager-Drama. Alles ziemlich amerikanisch, ist eine amerikanische Serie, also so dieses Highschool-Feeling, alles irgendwie in Hochglanz und alle wollen irgendwie die Coolsten sein, das ist hier auf jeden Fall dabei. Und so ist aber gerade erst hinten raus, in der ersten Folge, passiert dann etwas, und auch die Übergänge zu den Folgen sind auf jeden Fall immer so geschickt gestaltet, dass man definitiv weiter schauen möchte. Und dadurch, dass es insgesamt von der Art und Weise durchaus in die etwas jüngere Richtung geht, möchte ich jetzt nicht sagen, schaut das bitte mit euren Kindern, sondern es ist eher etwas für, ich sage mal, die Zielgruppe 16 bis 25, 16 bis 30, für den ein oder anderen coolen Horrorabend. Denn nicht zu vergessen, Halloween steht ja auch vor der Tür und dann kleinen, ich weiß noch, was du letzten Sommer getan hast, Marathon einzulegen, das schadet nicht. Also, viel Spaß mit dieser Serie auf Amazon Prime. Vor drei Jahren war der Film Venom einer der großen Überraschungen an der Kinokasse. Es geht hier eben nicht um den Superhelden, sondern um einen Anti-Helden, der verkörpert wird von Tom Hardy, der ja auf einmal ein etwas düsteres Wesen in sich trägt und somit ja fast schon schizophren auftritt. Jetzt gibt es den zweiten Teil und der soll nicht minder spektakulär werden. Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlängen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggressionen in den Griff kriegen. Oder wir finden uns in der Area 51 wieder. Eddie Brock lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten-Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie darum kämpft, seine Karriere als Journalist wieder in Gang zu bringen. Eine passende Gelegenheit könnte der Serienkiller Cletus Cassidy sein, dessen Opfer immer noch nicht gefunden wurden und der nur mit Eddie über seine Taten sprechen will. Als Cletus dann hingerichtet werden soll, überlebt er, weil er sich ebenfalls mit einem Parasiten verbunden hat. Als Carnage sorgt er fortan für ein wahres Gemetzel, wobei ihm Francis Barrison alias Shriek hilft, die über Schall-Superkräfte verfügt. Eddie und Venom haben also einiges zu tun. Das Einzige, was ich je auf dieser Welt wollte, ist ein Gemetzel. Was die Fans bei dem ersten Teil von Venom auf jeden Fall begeistert hatte, war, dass wir eben sowohl eine düsterere Stimmung haben als zum Beispiel bei einem Avengers-Film, wo es immer um Heilwitzker, Juhar und große, bunte Bilder geht. Das ist schon sehr, sehr deutlich in diesem Film und gleichzeitig macht dieser Film eben dennoch sehr viel Spaß, denn wir sind hier in einer etwas schwarz-humorigeren Umgebung unterwegs. Das heißt, die Witze kommen hier auch am laufenden Band, aber haben einfach so eine andere Farbe, würde man das sagen. Das hat so eine andere andere Ausrichtung. Oh, Scheiße! Oh, was soll das? Das ist ein Roter! Du musst sofort rauskommen. Dann erlaube ich dir alle zu fressen. Versprochen? Versprochen! Oh, ja! Und ja, Tom Hardy ist in den letzten Jahren einfach zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler geworden und wie er sich hier auch immer wieder durch den Film so ein bisschen durchknorrt und gleichzeitig aber auch selber immer so ein bisschen hilflos ist, dass Adam immer wieder irgendwie so zurückkommt, wann er es nicht will. Alleine das sorgt natürlich auch schon hier für situationskomisch. Oh, wow! Du könntest einfach sagen, ich freue mich für dich. Das sollten eigentlich wir sein! Ey, ich freue mich für euch. Nein! Gott, das tut mir so leid. Mir nicht! Die beiden brauchen eine ernsthafte Part-Therapie. Dann haben wir aber ja noch einen Gegenspieler, Woody Harrelson, der eben auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, wie unglaublich facettenreich er spielen kann. Und so ist er hier auch ein Bösewicht, der natürlich ganz viele schreckliche Dinge getan hat und bei dem auch jedem klar ist, so, boah, dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, der aber aufgrund seines Charmes eben dann doch genau wieder so Nerv trifft, dass man durchaus nachvollziehen kann, warum er irgendwie dann doch an der einen oder anderen Stelle damit mal durchgekommen ist oder man überhaupt das Gefühl hat, ja, man möchte jetzt wirklich mit ihm reden und zusammenarbeiten. Ich bin nicht verrückt. Wirklich, ich bin nur wachsüchtig. Was ich bei dem Film noch ganz spannend finde, ist, dass hier Regie Andy Serkis führt. Andy Serkis ist ja auch ein ziemlich beliebter und erfolgreicher Schauspieler. Und das Allerschönste an dieser ganzen Sache ist, dass ich beide im digitalen Raum getroffen habe für ein exklusives Interview für euch. Hallo, es ist toll, zu sehen Sie. Schön, zu sehen Sie. Du bist gut. Danke sehr. Und wir haben drei Jahre für das Sequel nachdem wir es überwenden bis zum Jahr überwenden. Wie fühlt es sich, es endlich auf dem großen Scheren Wie denken Sie über den Comeback des Filmtheaters? Wir sind super überwenden. Es gab uns mehr Zeit, zu arbeiten. Ich sehe, und Sheena mehr Zeit, sicher. Ja, ja. Die Silver Lining war schwierig durch die Pandemie aber eigentlich zu haben, die Möglichkeit zu verbessern die Charaktionen digitalisieren, die CG-Werl, es war... Technologie hat mehr aufgewandert. Ja, ja. So, in many ways, die Fans werden ein besseres Film für es für sicher, weil es war ein sehr aggressiver post-production schedule das wir hatten. So, ja. Jetzt ist der Zeit. Oh, no. Wir sind bereit. Wir sind wirklich sehr glücklich dass es jetzt und super excited für es. Du lebst in Mein Körper, du hältst dich an meine Reden. Getting a better Movie ist one of the positive Aspects of the Pandemic. So, great to have a positive Aspect. Tom, you also did lots of the writing for the movie so you had a lot of inspirations and imaginations about the story and development of the characters but the work of a director is bringing this vision to life so how many discussions did you have finding the right way between each other and how can we imagine work together with Andy on set There's three questions there in one which are all very good so let me try to peel that apart and I think it's a really key word is collaboration Venom is the sum of a group of people coming together and working multidimensionally in lots of different departments to have ownership of a piece that we all care about Kelly and I came up with a story but we just debriefed from the first movie and are part of a franchise that we work with Sony to develop and care and invest deeply in it we were in the first and now we're obviously going to work on the second but that's not the sum being of it we wanted to work with people that we care about creatively that also care about and are invested in the work as team so everything was entirely collaborative we had to lay down a structure but that was always working on it and you can confirm that yeah yeah 100% I can confirm that are you putting words into my mouth no we were just talking about team before oh 100% no totally I can totally confirm that it was you know and the great thing is it's an iterative process between lots of people so you know we'd come up with ideas say for production design with Oliver Scholl who you know would present ideas and then we'd all look at them and everyone would have an opinion and it's for instance how Ravencroft was going to look you know it could have been a hundred different things we all had different ideas of how that was going to look and then eventually we kind of you know we'd whittle it down whittle it down whittle it down until we arrive at where we want and it's it's a great it's arrived that decision by a group as Tom's saying totally by it was best idea wins at many levels and on vote of like well if something was shut down was it shut down because of what reasons that were justified by a collaborative understanding of the text or what we were trying to work towards so in that say a writer director came and employed someone said this is my vision and we're going here this is not how Venom seems to work it's a it's a crazy and wonderful environment where the story is we find and cobble together we put it down and then we build on and we bring people in to bring it to life and what are their ideas how would they do it that's brilliant folded in and start to grow and conjure and you know you have start somewhere with an idea but it's not it's found but with a noble intention to do the best we possibly can with with the piece if that makes sense because based on what we think would work to what we hope will work Eddie is always of course in a kind of fight with Venom as two characters in one body it reminds me kind of artists who need to be someone else on a stage or even like to perform so when do you have this kind of Venom feeling two souls in one body in your all day life I always have two souls in my body and I mean I think I defy most people not to feel that really if they're being truthful you know we always have an inside voice I mean you know mine can be particularly annoying because it very much sounds like my own that can be disappointing or it can be falsely optimistic so it's but you know that's I think why people relate to those characters that's totally why we all know what it's like to be told by an inner voice you've got to do this and then another part of you is kind of the rational part might be fighting that and I think that's the beauty and the heart of why people really really love this character the foibles and the failings and the flawed nature of Eddie for instance he's kind of an everyman character in many ways actually I think yeah yeah he is isn't he and obviously Venom feels like inside voice personified as some kind of monster that's you know but then the witness self you know the concept of witnessing your own self is what comes to bear your inner fears will tell you not to do something or doubt yourself whereas Venom sort of defies that and says primarily no we will do this regardless of the consequences and the rationale part of Eddie is fear insecurity cowardice healthy cowardice you know I think this is a really bad idea and yet Venom goes and does it anyway and Eddie has to deal with it or maybe it grows him the pain grows he is happy to take the credit as well so there's the vanity and narcissism of the paradox of the human condition the two of them are very relatable to the interior design I think certainly of my experience of you know just trying to process growing up and going oh gosh I think in so many different ways and which is the right way to do and I think Eddie and Venom kind all that that's their comic personification of that and then they go out and have adventures and I think that's probably a conscious or unconscious a really big draw for them thank you so much and it's great to you back on the big screen Wer jetzt noch einmal eine Übersicht braucht was hast du eigentlich heute alles vorgestellt Dominik und wo finde ich das wann dann schaut doch einfach auf die bereits eingeblendete tafel dort findet ihr eine Übersicht und ich kann euch jetzt schon versprechen dass ich auch im November ganz viele tolle Sachen für euch auf die Watchlist packen kann erst einmal jetzt aber all das schauen und dann sehen wir uns im November wieder macht es gut bis bald passt auf euch auf und ciao